Eieiei, der Schiff hinter die Felsen! Mein Gott! Aber ich bin doch gerade erst hochgekommen. Gottes Willen, nein! Okay, scheint doch überlebbar zu sein. Wir springen vom Schiff, wenn wir abheben. Ich bin gar nicht da. Nein, 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 nein. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein, ich habe damit nichts zu tun. Ähm, er war doch gerade eben noch da. Gerade eben noch da, ich konnte schwören. Oh Gott, er kommt wieder! Oh nein! Was ist denn los? Was habe ich getan? Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Oh Gott! Oh Gott!